Moin moin, das Eisenbanner ist zurück in Destiny. Grund genug, ganz kurz auf ein paar Neuerungen zu sprechen zu kommen. Wer routiniert zum Turm reist und hofft Lord Saladin hinter diesem Tor zu treffen, ja der wird enttäuscht. Niemand zu Hause. Stattdessen findet ihr Saladin inzwischen wie gewohnt im Eisentempel. Schaut kurz vorbei, er schickt euch danach zum neuen Eisenbanner Questgeber Lord Aphrodite. Und bei hier könnt ihr dann wie gewohnt Quels abholen und eure Rüstungsteile und Eisenbannerwaffen kaufen, sobald ihr tüchtig im Turnier gelevelt habt. Die Quests sind deutlich einfacher geworden und sollten sich allein durch eure Teilnahme erfüllen lassen. Und sobald ihr eure Eisenbahnersporen verendient habt, könnt ihr diese Gegenstände kaufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eingeblendet seht ihr im Anschluss an die Waffen das Sortiment für Warlocks. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.